Yo Leute, was geht Alter? Herzlich Willkommen auf dem Black Bros Kanal. Heute wollten wir eine Challenge machen. Der Typ hinter der Kamera wird Erkan sein. Das bin ich. Der wird uns ein paar Fragen stellen, dies und das. Ja viel Spaß bei der Challenge. Und nichts vergessen, es wird eine heftige Gespräche. Also warte davon. Ja, ein bisschen, ein bisschen gleich. Ja Leute, ihr habt die Regel verstanden, wie das jetzt alles funktioniert. Und ja, Nathan. Wir hoffen natürlich, dass du deinen lieben Bruder kennst. Das ist jetzt meine Ruhe. Okay Leute. Ja Michel, was sind deine Top 3 Frauen? Anna Montana, Valeria Arsini und Dolly Castro. Auch wenn die herausfindet, das ist echt krass. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Welches Körperteil magst du bei dir selbst am liebsten? Mein Arsch. Welchen Fußballer hast du am meisten? Thomas Müller. Ja Michel, welches Mädchen findest du die geilste auf deiner Schule? Ja Michel, komm ich, sag dir das. Elisabeth. Ja Michel, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Mit wem hängst du am meisten am Wochenende ab? Ali. Hier Instagram. Ali Miri. Ja okay, das waren jetzt alle Fragen. Und ja, ich würde mal sagen, Nathan beantwortet die jetzt. Ob er richtig liegt oder nicht. Okay Nathan, bist du bereit? I'm ready. Bist du bereit? Wasaaa! Ey, was geht's? Ey, darf ich einen Pik mit dir machen? Zerkanufa alle abonniert, Instagram wie das? No! God! Please! No! Okay, fangen wir jetzt an mit der Frage Nathan. Bist du bereit? Jo. Was sind die Top... Abonniert Zerkanufa! Nooooooo! Was sind die drei Topfrauen bei Michel? Oh, ich schau alles. Der Typ! Juuuuh Digga das Porno darstellt oder so? Christina Mac oder so? Ja? Nein, falsch. Schon falsch Bruder? Schon falsch, alles verkackt. Alles verkackt. Da sind nicht mehr Porno darstellt oder so. Ich brauche alles, ja keine Porno. Mann, Michel guckt keine Pornos, er hat sich nur von einem Freund und so erfahren. Guter Junge. Welches Körperteil mag Michel bei sich am liebsten? Ich glaube sein Schwanz, ne? Fein! Sein Big Booty Ass, digga. Gute Führer. Kommen wir zur dritten Frage. Welchen Fußballer hast Michel am meisten? Boah, Junge. Du bist so schlecht, ne? Ich hab alles, digga. Ich weiß es nicht. Digga, ich weiß es nicht. Fühlst du auch? Ja. Thomas Müller. Thomas Müller. Gehen wir zur vierten Frage. Welches Mädchen findet Michel am geilsten auf seiner Schule? Hahahaha. Die mit der roten Jange. Nein, falsch. Scheiße. Ey Michel, den Namen hat er schon verloren, digga. Es ist Elisabeth. Ich kenn ihn nicht. Ich sag doch, adoptiert. Seht ihr diese Ehrlichkeit? Gibt keine. Mit wem hängt Michel am meisten am Wochenende ab? Das ist jetzt die letzte Frage, Nathan. Wenn du wenigstens einen Punkt hast, dann können wir gleich zur Bestrafung gehen. Hahahaha. Das war ohne Spaß, digga. Was ist das denn? Mit euch oder nicht? Also mit den Kunden sagst du? Ja. FRAICH! Mit Alivir! Yeah! Ja! Ich hab ihn auch zusammen da genommen. Das ist ein ganz normales Tag eigentlich. Wenn wir uns kennen würden, wäre das eine ganz normale Frage. Ja Leute, wir haben uns jetzt die Fragen ausgedacht. Michel, du kannst jetzt reinkommen. Jetzt wird Michel zerstört. Michel ist ein Kode. Also Nathan, wir fangen an mit der ersten Frage. Go! Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Meine Lieblingsbeschäftigung ist YouTube-Kuchen. Äh, kommen wir zur zweiten Frage. Mit wem hast du deinen ersten Kuss? Äh, Alter, Nicole. Nicole? Ja. Das ist Nicole, digga. Wann war deine letzte Beziehung, Cousin? So, vor zwei Jahren war meine letzte Beziehung. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Welches weit findest du am geilsten, lieber Nathan? Sorry, Hush. Das glaub ich auch nicht so geil. Kleiner Perwärsling. Jetzt testen wir, wie gut du deinen Bruder kennst. Wir hoffen natürlich, dass du ihn sehr gut kennst. Weil sonst könnte die Bestrafung sehr hart für dich aussehen. Ey, wenn er einen Punkt hat, kann ich... Ja, wenn du einen... Wenn er einen Punkt hat, kannst du schon mal einpacken, Cousin. Okay. Fangen wir jetzt an, Michel, Mann! Problem! Was ist Nathans Lieblingsbeschäftigung? Was er macht oder... Deine Lieblingsbeschäftigung, ich sag nichts dazu. Was du machen oder was du recherchierst? Nein, Beschäftigung. Was ich gerne mache. YouTube-Videos gucken! Oh, ich schaff... Ey, ich schaff... Ey, ich schaff alles, ne? Oh, ich schaff... Oh, ich schaff... Oh, ich schaff... Oh, shit! Oh, mein Gott! Erste Frage! Ich kenn ihn doch... Mein Adoptid, Bruder! Boah, Nathan, die Bestrafung sieht richtig hart aus! Leute, guckt euch einmal diese Bestrafung an, wer könnt ihr euch nicht sagen? Nathan, jetzt kommen wir zur Bestrafung, was sagst du dazu? Bist du ready, man? Ich bin tot. Nathan, Bruder, du tust mir jetzt schon leid. Dein Kopf wird jetzt da mit deinem Kopf. Oh, was ist das? Noch einen Abschiedskurs mit Nathan. Leute, ich hab euch geliebt, aber es ist vorbei. Ja, Nathan, fang jetzt an. Warte, wir machen mich mal los. Grüß. Ja! No, God! Digga, ich glaub's nicht, Mann. Er hat's wirklich gemacht, Digga. Nathan, Digga, du hast es wirklich gemacht, Mann. Ja, Nathan, das ist mir richtig leid, Bruder. Willst du nicht hinkommen? Nein, nein, ich will. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Der liebe junge Kerl schämt sich vor der Kamera. Nach so einer Aktion würde ich mich auch schämen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Oder abonnieren. Oder beides. Oder beides. Vielleicht sehen wir uns dann bei der nächsten Challenge. Oder beim nächsten Video. Oder beides. Oder beides. Und bis dann, seid ihr da. Haut rein, Alter. Ciao. 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 Ciao.